hallo 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 einen wunderschönen guten abend wünsche ich dir auf die uhr gucken ich habe so überhaupt kein zeitgefühl das ist schon abends ist eigentlich noch nachmittag ist ja viertel nach fünf erst schon wie auch immer aber draußen ist schon stock dunkel einen wunderschönen guten nachmittag wünsche ich dir dann hier in unserer gruppe ich hoffe ich bin hier überhaupt in der richtigen gruppe jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut okay ja wird schon passen ich möchte mit ihr mal wieder über so ein hochspannend langweiliges thema wie deinen begrenzungen sprechen und die glaubenssätze ich weiß es so ein abgelutschtes thema schon wieder mich mit meinen glaubenssätzen beschäftigen aber es sind nun mal die dinge mit denen wir uns unsere lebenswirklichkeit erschaffen unsere realität im außen mit den dingen was es da in uns denkt was da so tief in uns verboten ist und wir sind ja da so süß gestrickt ich denke das ist ja jetzt nichts neues für dich wenn ich dir erzähle wandel deine alten glaubensätze um und erschaff dir neue das hast du bestimmt auch schon versucht eine weile auch schon mal durchgezogen ich habe das ja früher auch so gemacht meine weile versucht und dann kam der der denger der kopf dazu der mir dann gesagt hat funktioniert ja doch nicht bei mir funktioniert das nicht oder tralala keine ahnung ich spreche jetzt so von diesen dingen und ich habe da eben noch mal in einem buch gelesen wie oft wir eigentlich diese 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 sätze die wir als glaubenssätze in unserem system aufgenommen haben wie oft wir die gehört haben wie du kannst das nicht du bist zu klein das ist nichts für dich oder dazu musst du erst mal noch die und die ausbildung haben oder du musst den und den schulabschluss haben oder geld gibt es nur in begrenzter menge oder es ist schwer geld zu verdienen oder geld zu verdienen ist hartes brot oder ich muss viel arbeiten um viel geld zu verdienen oder keine ahnung was du da auch immer so an an glaubenssätzen an themen in dir hast hat ja jeder von uns so seine gefühlten eine million glaubenssätze in sich ja so und ich habe gerade vorhin in einem buch gelesen war für mich jetzt auch nichts neues aber da ich gerade noch mal zufällig gelesen habe wollte ich das einfach mal noch mal mit dir teilen zur inspiration es gibt wohl nachweise dafür dass wir solche sätze wie ich sie eben so genannt habe mal als beispiel für dich etwa 100.000 mal gehört haben stell dir mal vor die dinge die in dir sind diese sätze diese diese muster diese glaubenssätze bis du es wirklich so in dir gefestigt hast dass du es glaubst und wo du dir bis jetzt bis zum jetzigen zeitpunkt dein leben erschaffen hast hast du diese sätze und muster so oder auf ähnliche art und weise 100.000 mal etwa gehört dann haben sich synapsen hier im gehirn verbinde verbunden verbunden ja genau und das hatte ich dann weiter so denken lassen automatisiert denken lassen und damit hast du dir deine lebenswirklichkeit erschaffen bis zum jetzigen zeitpunkt das ist quasi so die summe deiner bisherigen glaubenssätze um es vereinfacht darzustellen so und ich kenne das von mir auch nur zu gut aus meinem früheren leben wo ich einfach ja mal glaubenssätze umgeschrieben hatte und dann mal so ein paar tage umformuliert hatte und es dann wieder gelassen habe und jetzt schau mal diese immens große zahl von glaubenssätzen dass du wir alle bis wir einen glaubenssatz so implementiert haben dass synaptische verbindungen im gehirn da sind dass wir diesen automatisiert denken und uns damit außen die lebenswirklichkeit erschaffen haben wir etwa hunderttausendmal diesen satz gehört in der vergangenheit und wenn wir jetzt so eine anleitung bekommen den glaubenssatz umzuwandeln jetzt machen wir mal eine kleine rechnung weil ich habe das auch heute mittag noch mal im coaching einer wunderbaren klientin weitergegeben und noch mal gesagt bitte bitte macht das aber so und so und so jetzt schau mal wenn du jetzt deine glaubenssätze umwandelst nimm einfach mal nur die fünf gröbsten glaubenssätze musst du ja nicht gleich mit allem anfangen irgendwo muss ja mal ein anfang sein und du wandelst diese um immer mal die deine fünf stärksten glaubenssätze größten glaubenssätze wo du dir total bewusst ist ja das ist es was was mich am meisten jetzt einfach schmerzt frustriert was mich am meisten beschäftigt und bedrückt und was auch immer und diesen glaubenssatz schreibst du dir auf und für die nächste woche sagst du dir diesen glaubenssatz dreimal am tag also den neuen meine ich jetzt den neuen dreimal am tag eine woche lang konsequent morgens mittags abends dann hast du wenn du das hochgerechnet hochrechnest und wirklich auch gemacht hast nur oder schon je nachdem wie man es sieht 63 mal diesen neuen glaubenssatz dir gesagt und dann kommen wir auf die idee und sind so süß und ich möchte mit dieser rechnung das einfach mal bewusst machen weil ich das ja früher auch nicht gebacken bekommen habe und jahrelang da im schlamassel drin gesteckt habe bis es dann mal rum gemacht habe und ich in eine andere richtung gegangen bin weil ich da einfach angefangen habe diese dinge wirklich zu beherzigen die ich dir jetzt hier mitgebe dann kommen wir auf die idee einschließlich mir selbst früher jetzt habe ich eine woche lang dreimal am tag wirklich diesen neuen glaubenssatz mir laut vorgelesen und nichts hat sich geändert und dann lassen wir es wieder jetzt vergleich mal eine woche lang 63 mal und bist du den alten glaubenssatz den du eigentlich wandeln willst bist du den angefangen hast wirklich so zu implementieren und zu glauben so dass du dir in der summe von den ganzen glaubenssätzen dir das jetzige lebens zum jetzigen zeitpunkt erschaffen hast hast du es hunderttausend mal das ein und selbe in etwa gehört von deinem umfeld aufgeschnappt und gefiltert hier rein gelassen deshalb es geht darum dass dauerhaft wirklich dauerhaft nicht nur eine woche sondern wirklich dauerhaft aufzunehmen zu implementieren dass es sich hier absackt und festigt das hat auch was mit dem bewussten denken zu tun weil die bisherigen glaubenssätze die lassen dich ja unbewusst auch denken du sendest das ja ständig aus und das universum ist ja ständig in der interaktion mit dir und sagte immer dein wunsch ist mir befehl und erschafft dir so die entsprechende lebenswirklichkeit im außen sind alles ja dinge klar die können wir mit dem bloßen augen nicht sehen deshalb ist es so schwer greifbar wir sind ja so verstandesmäßig orientiert einschließlich mehr selbst wir sind ja so dazu geneigt nur die dinge zu glauben die wir auch mit bloßen augen sehen und wenn wir dann so ein handy in der hand haben inzwischen und auch nicht mal eine schnur wie wie früher mal beim alten telefon haustelefon in die wand reingeht das nehmen wir als gegeben hin würde das normal jetzt aber wenn man uns vor 25 oder 30 jahren gesagt hätte du hast mal so ein kleines ding hier in der hand da drückst du zwei tasten oder sind nicht mal tasten drauf da berührst du nur so ein glasbildschirm und dann sprichst du mit jemandem aus den usa dann hätte man wahrscheinlich jeden gefragt hey von welchem stern kommst du denn hätten wir nicht geglaubt jetzt ist es normal sie das mal noch so ein bisschen als beispiel so das ist das eine mal setzt das mal so ins verhältnis und dann wird schon mal bewusst wie oft du wirklich neue glauben setzen dir immer und immer wieder sagen darfst das eine und das andere unser klassischer weg ist ja hier so kindergarten ich war zwar nie im kindergarten wäre immer gerne gegangen aber durfte nicht aber dann schulsystem ausbildung und dann glauben wir wissen wie das leben funktioniert bis dahin lassen wir uns noch das mehr oder weniger unfreiwillig von lehrern lehrpersonal die ja auch nicht wirklich wer die auch am funktionieren sind um es mal so auszudrücken du weißt was ich meine weil die haben sie auch nicht besser die haben sie auch nicht anders gelernt also diejenigen die in der schule unterrichten die gehen ja auch ihr weil sie es ja auch nicht anders gelernt haben klar sind ja auch nur menschen wie wie jeder von uns der seinen beruf eben ausübt das können sie ja auch nur dann kindern das weiter vermitteln was der lehrplan einfach her gibt und was sie gelernt haben im studium was sie vermitteln sollen geht ja auch gar nicht anders es gibt viele viele lehrer die da eigentlich gerne ein anderes system mit reinbringen möchten oder viele andere ideen haben was aber zurzeit im jetzigen klassischen schulsystem es gibt ja schon viele alternativen nicht so möglich ist das wird sich alles auch noch ändern aber ich wollte jetzt mit dir über das schulsystem sprechen nur wenn man dann so diese schule durchlaufen haben ausbildung durchlaufen haben da hatten wir ja menschen auch an unserer seite die uns da bekleidet haben wäre ausbilder und 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 die haben uns ja da entsprechend diese dinge weitergegeben so dass wir etwas lernen konnten und eben auch glaubenssätze implementieren konnten und dann ab einem gewissen alter wenn wir das durchlaufen haben hallo liebe anja hallo liebe antje wenn wir das durchlaufen haben dann kommen wir plötzlich auf die idee jetzt mache ich es alleine jetzt kriege ich es alleine hin aber das funktioniert nicht weil früher schau mal wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in der zeit da haben wir das mit diesen glaubenssätzen mit denen wir uns unsere lebenswirklichkeit im außen erschaffen ja auch nicht selbst hingekriegt da war das umfeld ja auch da dass uns das immer und immer wieder gesagt hat oder was wir aufgeschnappt haben was das umfeld spricht und 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 deshalb sehe es doch mal unter dem aspekt wie kommen wir dann als erwachsene auf die idee ab einem gewissen punkt dass wir es alleine hinkriegen oder auch alleine hinkriegen müssen es funktioniert alleine nicht es funktioniert definitiv nicht als ich früher alleine versucht habe das alles auf ein anderes level zu bringen mein leben auf ein anderes level zu bringen ich bin an diesen punkten auch gescheitert und deshalb ich glaube da wird jetzt so deutlich wie wertvoll es wirklich ist und hilfreich und auch notwendig dass du menschen an deiner seite hast die dich dort abholen wo du gerade stehst und dich dort hinbringen wo du wirklich hin willst und da gehörst du auch oftmals dazu dass dein coach dein mentor mit dir überhaupt auch mal erarbeitet wie dein ideales leben denn ausschauen darf soll weil wir sind ja inzwischen oftmals so gestrickt dass wir uns ja noch nicht mal erlauben groß zu träumen oder unsere künsten kindheitsträume auszupacken oder manchmal sogar schon die so vergraben sind dass wir uns noch nicht mal alleine daran erinnern wenn deine der coach einem auf die sprünge hilft ja also da wollte ich jetzt einfach mal noch mal klarheit schaffen dir ein paar impulse schenken und wenn du auch dieses thema geld wo wir ja mit die größte ich weiß gar nicht wie ich es ausdrücken soll mir kommt gar kein richtiger begriff dazu wo wir ja die größte prägung haben und im größten mangel sind mit dem geld was ja nichts anderes als bedrucktes papier im grunde genommen ist aber es ist ja auch gut dass es das gibt weil man sich dann einfach das erlauben kann und leisten kann dann wenn man es haben möchte und nicht dass ich mit jemandem mich muss darüber unterhalten wenn ich mir einen flug von a nach b buche ähm dass ich mich mit dem muss darüber unterhalten nimmst bei mir mental training in anspruch und gibst mir dafür den flug von frankfurt nach babados oder keine ahnung wohin ist ja gut dass es geld gibt aber wir haben so viele negative glaubenssätze die daran gehaftet sind dass geld schlecht ist dass es schwer zu verdienen ist dass es einen mangel an geld gibt und und tralala und und überhaupt oder dass wir sogar schon glauben wir brauchen kein geld oder wir brauchen wenig geld oder warum gibt es überhaupt denn dieser ganze kram wenn du dich davon auch lösen möchtest dann absolut heißer tipp verschieb am sonntagmorgen dein frühstück mit deinen liebsten wenn du es für zehn uhr geplant hast ich bin hier um zehn uhr live in der gruppe vielleicht hast du meinen post von der woche ja schon gelesen in 26 tagen 56.000 euro umsatz weil das so der aktuelle umsatz von 26 war da ist inzwischen ja auch nochmal was dazu gekommen aber gehen wir mal von dem aus da verrate ich dir wie sowas geht wenn du dieses thema jetzt wirklich auch mal ändern möchtest in deinem leben wirklich ändern möchtest und dich von diesen ganzen ansichten glaubenssätzen der ganze kram was da wirklich dran hängt befreien möchte dann kann ich dir wirklich ans herz legen dann gibt es nichts wichtigeres für dich als am sonntag wirklich um zehn uhr hier live in der gruppe zu sein dabei zu sein und da werde ich dir verraten wie ich das gemacht habe und nicht nur das ich werde nicht von mir sprechen sondern wir werden über dich sprechen wie du das auch kannst wenn ich das hingekriegt habe dann kriegst du das genauso hin das verspreche ich dir deshalb sei am sonntag hier unbedingt live um zehn uhr mit dabei und da erfährst du alles weitere und wirst auch genau erfahren wie du das auch erreichen kannst die schritte die ich gemacht habe die werde ich dir verraten und die kannst du genauso umsetzen wie ich okay alles liebe habt noch einen schönen abend bis dahin ganz bald spätestens am sonntag zehn uhr gleich im kalender notieren tschau 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 tschau